Yo Leute, wenn ihr Probleme mit dem Boss Hohlpriesterin von Welter habt, dann müsst ihr das Video auf jeden Fall zu Ende schauen, denn ihr werdet auf jeden Fall den Boss ganz ganz schnell besiegen können, ohne viele Probleme. Also was ihr dafür braucht ist dieses Item Rosmarinaufguss und wenn ihr das benutzt, wird der Boss also seine Fernkampfattacken kaum noch Schaden an euch verursachen. Also dieser Kampf ist ziemlich hektisch und ihr werdet dauernd beschossen, könnt euch kaum heilen und deswegen der Rosmarinaufguss, ihr werdet merken, das funktioniert super. Also zuerst solltet ihr natürlich auch diese kleinen Ads hier töten, denn die schießen nochmal extra auf euch, was ziemlich nervig ist und danach kümmert ihr euch um den Boss. Und den könnt ihr einfach runterhauen, der hat ja nicht viel Leben, das einzige nervige ist eben seine Attacken, aber mit diesem Item werdet ihr auf jeden Fall keine Probleme haben, verspreche ich euch. Und ihr seht es ja gerade hier auch im Video, ohne das Item bin ich ziemlich schnell verreckt, aber mit dem ist es kein Problem. Ja, das war es eigentlich auch schon, schaut euch den Kampf ruhig nochmal zu Ende an hier und an dieser Stelle würde ich mich noch sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, Kommentar oder Like da lasst, falls euch das Video gefällt und ansonsten noch viel Spaß. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020